Aber das ist schon sehr realistisch. Das kann natürlich etwas sein, was ich zumindest für Probleme habe mit Sims 3. Das ist manchmal zu realistisch aussah, da Sims 3 jetzt einfach nicht mehr gut gealtert ist. Also es wirkt ein bisschen alt, Sims 3. Dadurch ist Sims 4 beispielsweise auch zeitloser mit dem Cartoon-Design. Aber wir werden sehen, das ist ja noch Early Access. Das heißt, da wird sich ja eh noch was in der Grafik ändern. Live By You kommt am 12. September raus, aber für Early Access. Das bedeutet, dass es noch nicht fertig entwickelt ist. Bevor ich das Video beende, es ist Paradox. Paradox ist bekannt für DSCs. Also nicht, dass ihr denkt, Live By You wird dann einfach komplett sein oder wird es keine Erweiterungspacks in dem Sinne geben. Es ist Paradox. Also das wird es wahrscheinlich geben. Aber trotzdem, so wie das jetzt gerade aussieht, ich bin gespannt, sage ich mal so.